Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ja heute möchte ich nun mal wieder etwas bereden, sondern, also seht im Hintergrund von Gameplay, QSG, auf der MIP... Äh... Highrise, genau, Highrise von Padex und CreeperD gebaut und noch ein paar anderen Leute, die kenne ich halt nicht. Ist auch egal, Padex und CreeperD, Beste. Ähm, ja was ich eigentlich sagen wollte ist, ich habe mir jetzt Gary's Mod gekauft und damit könnte ich dann auch TTT Videos machen, also Trouble in Terroristown. Und jetzt wollte ich mal fragen, wer spielt denn alles überhaupt Gary's Mod oder wer hat Gary's Mod für Steam? Ähm, das wollte ich jetzt fragen und wer es hat, bitte, ihr könnt mich, äh, Freundschaftsanfragen auf Steam schicken und zwar unter diesem Namen, der Sarius. Äh, sucht einfach mal danach bei Steam und dann könnt ihr mir einfach eine Freundschaftsanfrage schicken und dann könnt ihr mal zusammen TTT spielen und auf jeden Fall könnt ihr dann auch in der Aufnahme sein, denn ich brauche ein paar Leute für eine Aufnahme, weil ich kann nicht irgendwann mit irgendwelchen wildfremden Leuten eine Aufnahme machen, weil, keine Ahnung, dafür gehen die raus und so, das ist blöd. Und die wissen dann gar nicht, dass ich aufnehmen müsste, ich immer wieder fragen, das ist doof. Ähm, deswegen wollte ich euch fragen, ob ihr Bock habt, TTT mit mir zu spielen und dann das gleich aufzunehmen, wäre auf jeden Fall sehr nice, weil dann könnte ich das auf jeden Fall hochladen, ich weiß nicht, ich gucke, muss mal gucken, ob andere YouTuber das vielleicht auch haben, ähm, und ein paar haben schon in den Kommentar geschrieben, dass sie es vielleicht auch holen wollen und so, deswegen, mal schauen, Jungle Chris wird wahrscheinlich auch dabei sein, wenn er denn will, keine Ahnung. Und ja Leute, das soll es eigentlich auch schon wieder vom Video gewesen sein, das Q&A wird folgen, ihr könnt mir gerne ja auch nochmal Challenges und Fragen in die Kommentare schreiben, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja Leute, auch wenn es nur ein Video war, werde ich jetzt wieder eine Frage stellen, und zwar, Was ist euer Lieblingsfisch? Es gibt ja verschiedene Fischarten, halt nicht, was... Es muss nicht zum Essen sein, ja, ihr könnt auch Goldfische mögen oder sowas, ist okay. Aber euer Lieblingsfisch, keine Ahnung, Wal und so zählt auch dazu, Hai und bla bla bla. Delfin zählt auch dazu, also alles sowas, ich weiß, es sind Säugetiere, ich meine Fische, bla bla bla. Trotzdem, ich meine alles, was im Wasser bräucht und fleucht. Könnt ihr alles aufschreiben, aber euer Lieblingsfisch, Wassertier, was auch immer. Gut Leute, das war's vom Video, haut rein, bis zum nächsten Mal Leute, tschüss. Das war's vom Video, haut rein.